Salam alaikum, liebe Geschwister im Islam. Heute legen wir wieder los. Wir sind jetzt dabei, aufnahmetätig zu sein. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Also, ey, mein Deutsch ist gut. Definitiv. Definitiv, okay. Und hier haben wir zwei super Schauspieler, die wirklich das Film bereichern tun. Und hier ist einer zum Beispiel der Chico, beziehungsweise Gaetano Rubino. Rubino Gaetano. Rubino Gaetano, Entschuldigung. Mein Name ist Orhan, Giordiani Orhan. Und der zweite? Giovanni Marquese. Giovanni Marquese, der geniale Schauspieler, der eigentlich zu viel verflucht, aber sonst ist alles okay. Wie geil. Okay. Und hier haben wir den Elvis. Hey, Bobby. Hey. Das ist der Kackvogel. Und hier haben wir den Model. Model. Der wird doch heute verfrügelt. Das ist der Pastor, der heute verfrügelt. Okay. Jetzt wollte ich nämlich Gaetano fragen. Gaetano, macht dir Spaß, dass du jetzt mitspielst? Oder wie findest du jetzt das Ganze, was sie jetzt hier machen? Also Spaß macht es auf jeden Fall. Ja. Also mit den Giordiani zu arbeiten. Das ist ehrlich gesagt mein erster Interview. Ich habe noch nie ein Interview gegeben in den vielen Jahren. Kannst du auch ihn mal wieder gucken, bitte. Aber wie gesagt, das macht mir eine Menge Spaß. Mich freut es, dass ich auch zum zweiten Mal dabei sein darf. Das auch. Ich hoffe auch, dass den Zuschauern das gefällt, das, was wir machen. Oder das Besondere, was wir hier alle zusammen herstellen, tun. Ich gebe mein Bestes. Weil im Hintergrund, wie gesagt, ich bin ja kein Schauspieler. Aber du spielst es von Herz und Seele. Aber vom Herz und Seele spiele ich das. Das macht schon gut. Und gebe halt mein Bestes dann. Gut, jetzt geben wir weiter an Giovanni. Genau, Giovanni mag Käse. Gut. Das kommt noch, das kommt noch. So, also ich finde, mit den Giordiani Brothers zu arbeiten, finde ich spitze. Also ich habe noch nie sowas gemacht. Ich habe schon viele Sachen gemacht, wie Stadttheater gearbeitet und so. Das ist wieder eine andere Erfahrung wie jetzt. Und wie gesagt, ich habe meinen Spaß, alles, was man Bedürfnis haben tut halt. Also ich finde es einfach super. Coole Leute, coole Gesichter und coole Action. Hey, wenn man ein Chico und Giovanni und Elvis und Model dabei hat. Da braucht man nicht mehr. Es gibt bessere Leute, aber wir tun unser Bestes. Das hat jetzt keiner gehört. Wir tun unser Bestes und ja, wie gesagt, ich liebe das. Ja, super, das passt. Ja, wir tun uns. Ja, dann ist es nichts. Ja, wir tun es für uns. Ja, wir tun wir jetzt. Okay, wir tun es jetzt. Ja, wir tun uns was sagen. Dann schulie Shepp, du. Ja, wir tun es alles. Ja, das ist ja, wir tun es. Vielen Dank. Mira, Salam Alaykum